jo leute was geht willkommen zu einem weiteren vlog hier auf meinem kanal leute heute gibt es mal ein kleiner vlog auf jeden fall so am rande auf jeden fall habe ich mir motors gekauft vor drei wochen und das will ich euch heute mal zeigen und vorab leute ich möchte mich heute bei der fahrschule anmelden das heißt leider kein führerschein also kann ich noch nicht fahren aber wir fahren auf dem platz bisschen darum also halt ein zweimal hin und her ich muss das üben mit der kupplung halt aber wenn man davor vor der fahrschule noch motorrad sich holt was man mit dem faden will also ich habe übrigens eine yamaha yzfr 125 geholt aber für den anfang erst mit führerschein und dann das ganze ändern leute also wir gehen in die garage leute ich muss euch noch mal eine sache sagen ich zensiere mal kurz alles hier ja genau das ist gutes stück das hole ich so schön raus und dann ja ich werde auch nicht so laut reden weil ja das ist nicht so gut so leute das ist das schätzchen ich rede ein bisschen leiser weil ich will nicht dass leute mich hören sollen so so leute wir sind jetzt in der garage auf jeden fall habe ich mich hin getan weil es ist scheiße war und nicht den heftigsten sonnenband habe eu west sieht man nicht so krass aber schon krass und ja das wäre es eigentlich fürs video und ich möchte gesagt heute in der fahrschule an wenn alles klappt und dann werden auch geile motorvlogs kommen ich habe leider meinen roller verkauft der steht hier nicht mehr jetzt habe ich ein bisschen geld für den führerschein also kann ich da hat es gelohnt den roller zu verkaufen weil er auch sehr viele probleme gemacht und ich würde sagen leute schaut mal bitte in die kommentare eure meinung dazu vom motorrad also ich einfach bumme ich habe ihn gebot zu fahren alter ich sehe die straße ich von der gekommen ich grüße mal rundherum aber ne leute kann auch kein führerschein also von anfang kann ich mal gut also ich habe ein bisschen gelernt hat also heute macht gut bis zum nächsten video lassen lassen kommentare und tschau